Mobbing wird immer vielfältiger, allein schon wegen dem technischen Fortschritt, wegen der technischen Entwicklungen. Wie sieht es mit Cybermobbing aus? Was ist das genau? Ja, Cybermobbing ist eigentlich nichts anderes als Mobbing, außer dass es noch zusätzlich mit technischen Hilfsmitteln vermittelt durchgeführt wird. Das heißt, die Täter benutzen dann Mobiltelefone, Smartphones vor allem, aber auch das Internet am Computer dazu, dass sie negative Verhaltensweisen übermitteln. Das heißt, es treffen sozusagen die drei Definitionskriterien von Normalmobbing auch zu. Das heißt, es besteht ein Machtungleichgewicht zwischen Täter und Opfer. Es passiert immer wieder, es wird wiederholt teilgenommen und auch es ist eine bewusste Entscheidung dafür. Das heißt, die Intention ist da. Und dann natürlich die neuen Medien. als Durchführungsorgane. Welchen Anteil hat denn Cybermobbing an der Gesamtanzahl von Mobbingfällen? Also Mobbing, Cybermobbing ist ein relativ seltenes Phänomen. Das heißt, ca. 5-6% der Kinder betreiben Cybermobbing und 15-16% betreiben normales Mobbing. Das heißt, es ist in Relation relativ selten.